Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk So, geht es dann hier so vor. Meine Vorfahrt geschickt hier ein 54-20 und die 11 geht in der Endposition um die Tonne. Setzen sie ab und folgt von der 3. So, geht es dir bitte? Die 3.50 Uhr haben wir hier ein bisschen wahr. Und das wird hier ganz klar. Jetzt kommt die Arme hier. Und das bringt die in ganz klein, und jetzt kommt die Arme, die da. Und diesmal ja. Wir haben zwar den Rücken, die wir eigentlich in Position. Wir haben den Rücken, die wir eigentlich in Position. Die Läden, die jetzt breit sich halt vor den Zidane noch. Und das war die Valle. Das heißt, wir machen dann zweite Position. Und die Läden. Sieht ihr denn? Macht was? Sieht ihr denn? Kannst weiter ein bisschen sehen. Oh, die 51 hat die 12 gar nicht genommen. Ja. Jetzt ziehen wir ja jetzt ein. Ja, jetzt können Sie sich. Jetzt kommt die 1. Aber wir wissen, dass wir keine Schuhe sind. Ja, das war das siebte Rennen der 1. Weltmeisterschaft. Hier bei uns auch die Marillabäck. Jetzt haben wir Zeit, bevor es hier erst zum nächsten Start losgeht. Das ist sehr ähnlich wie auch der 1. Jahrhälfte, bevor es starten, fallen wir dann direkt bei den Filmmaschinen. Das ist sehr ähnlich wie auch der 1. Jahrhälfte, bevor es starten, fallen wir dann direkt bei den Filmmaschinen. lls hakk �ellen Sie?